Achso, ja, richtig. Das, ähm, nein. Das CBD-Öl war, ich möchte das nicht, war Überproduktion. Es war zu viel produziert. Zu viel des Guten. So. Dann können wir das abgeben. Zack. Ach, guck mal hier. Ich habe sogar... Ich habe sogar die Möglichkeit, hier direkt noch mehr wegzuschicken. So, dafür brauche ich jetzt wieder einen Kuchen. Mehl und Afghani. Skunk steht da. Habe ich irgendwo noch eine Afghani? Ne. Dann pflanzen wir hier eine hin. Skunk und Afghani sind für den Kuchen. Zutaten hier für Wachsen. Ich brauche aber tatsächlich zwei Kuchen. Mhh. Ja gut, aber... Warte mal. Zwei Mehl kommen noch. Die kommen da rauf. Und dann Afghani. Zack, erledigt. Na, ich brauche noch zwei weitere Kuchen. Wobei, einen produziere ich ja... Ne, produziere... Was? Ne, tu ich noch nicht. Aber ich müsste noch... Ich brauche vier... Warte mal. Nein, 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 nein. Zwei Kuchen habe ich. Und dann noch einmal und dann... Okay, alles klar. Ich dachte gerade, der macht bei jedem Mal nur zwei Kuchen. Aber er macht vier. Uhhh. Ich muss aber gleich auf jeden Fall nochmal Mehl... oh nö ich habe gerade erst ein gegen das man merkt es wenn der wenn der wäscher so heiß ist dass es nicht nochmal anheben kannst dann weißt du der ist noch heiß so was geht hier ab noch mal gucken ja gucken wir noch mal nein nein hier gab es ja gut so jetzt fehlt auch da nur noch der honig ja sehr gut sehr sehr gut ja ich bin ein wenig festgefahren heiß Und jetzt noch ein paar Teile. Ah, ich würd so gern Kuchen schonmal backen, aber... Nee, das ist nicht funktionierend. Genau, hab ich Platz für... Ach richtig, jetzt kann ich ja hier noch die Northern Lights pflanzen. Das mach ich mal noch. Haha, ich denke zwei reichen. Ja. Zwei reichen. Die Haze und dann kann ich das da zumindest... Das da zumindest wegkloppen. Es gibt ordentlich Rauch-auf-Räder-Erfahrung und Geld. Hm. Also wir gucken gleich auf jeden Fall nochmal da rein. Und dann entscheidet sich, was ich heute mache. Ob ich ein Haus upgraden kann oder die Lampe upgraden. Muss. Kann. Werde. Denn ich sehe irgendwie nicht ein, dass ich... dass ich nicht irgendwie immer irgendwas baue. Das dauert nämlich immer so lange. Ich muss dann als nächstes nochmal... Mhh. Einmal Mehl brauche ich für noch einen weiteren Kuchen. Und der reicht ja auch vollkommen. Okay, dann werde ich gleich, wenn die Schokolade fertig ist, das nächste Mal Mehl rein kloppen. Dann eine Skunk habe ich ja hier noch. Die schneide ich auch direkt mal ab. Damit ich das Jahr nicht vergesse. Wie viel Platz habe ich hier noch? Okay, das reicht gerade noch so. Schön. Sehr, sehr schön. Oh ja. Komm schon, wird fertig. Danke Omi. Patsch. Danke Omi.